Zwischen Hertha, BSC Berlin, präsentiert von Autohausbecker Thiemann und dem ersten FSV Mainz 05, präsentiert von Zackes Sport Borchert. Der Referee der Partie ist Jasper. Der Modus, der neue, hatte ein kleines Risiko. Dieses Risiko war, dass man wieder auf eine Mannschaft aus der Vorrunde trifft. Hier haben wir den Worst Case. Hertha, BSC Berlin gegen Mainz 05. Das Ding hatten wir vor wenigen Minuten in der Vorrunde. Das war die dritte Partie für beide am heutigen Tag. Das dritte Spiel am Sonntagmorgen. Und jetzt bitte dranbleiben und nicht verschrecken lassen. Diese Partie endete mit 0 zu 0. Ich bin mir sicher, die Jungs haben sich einiges aufgehoben für das jetzige Spiel. Und der wäre es fast soweit gewesen mit dem ersten Treffer. Das Außennetz hier wieder durch Ferdaus Garfouri. Der hat eben schon in den ersten zwei Minuten drei richtig gute Möglichkeiten gehabt. Danach haben wir nicht mehr gesehen. Hier richtige Freistoßentscheidung. Also die Hertha als Zweiter hier durch die Vorrunde marschiert. 3-1 gegen Hannover. 2-1 gegen Schalke. 3-1 gegen Frankfurt. 0-0 gegen Mainz. 0-5. Guter Körpereinsatz hier. So, da ist wieder Garfouri. Jetzt hat er mal quergelegt, aber da war Emi Chantekin dazwischen. Hätte man auf der Mainzer Seite gerne für den Rückpass gesehen. Aber ich denke, das ging soweit in Ordnung. Das 0-0 eben war kein schlechtes Spiel. Es war umkämpft. Es war ein Spiel mit zwei wirklich sehr disziplinierten, sehr leidenschaftlichen Defensivmannschaften. Das 0-0 eben war kein schlechtes Spiel. Die Rückgabe fast ein bisschen kurz. Oder gibt es nochmal die Möglichkeit? Oh, schade. Gut aufgepasster Emi Chantekin. Ganz aufmerksam. Aber Leon Kuk hat den Ball. Nächster guter Schussversuch auf Seiten der Berliner. Ich habe das eben schon mal gesagt. Vielleicht stechen sie jetzt ein wenig mehr raus. Also, auf Mainzer Seite Nummer 11. Jetzt die nächste Möglichkeit. Wieder der Torschütze von eben. Duosan Kodura. Distanzversuch. Guter Abschluss von Mark Fichtner. Tiefer Ball. Jetzt gut gespielt. Aus der Drehung. Versuch nicht schlecht. Von Milan Kriminovic. Und der Versuch wieder. So, abrallt er jetzt. Aber Mainz wieder blitzschnell bei den Leuten. Blitzschnell. Den über Zardaden. Und da wird um den Ball gefightet hier. Jura Hartmann. Abstand muss alles eingehalten werden. Ball war noch nicht freigegeben. Treff hat sich nicht. Das ist natürlich bitter. Aber, ja. Alles richtig gemacht. Spiel war unterbrochen. Jasper Lass. Richtig, wieder dazwischen zu sein. Freistoßentscheidung hier. Für Mainz. Wird gewechselt. Oh, die Berliner wechselten jetzt gerade. Mit Risiko. Und dann die Parade. Von Cook. Oh, der da am Boden liegt. Sehen wir hier gut eingefangen. Ist da noch benommen. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Die Kukilien Schubert haben die Kukilien Schubert haben ins Tor gestellt. Wo sind die Führungsspieler jetzt hier bei Berlin? Wo ist Lazar Samacic? Starter jetzt hier im Ball. So, was passiert? Ball in die Tiefe gespielt. Tick hin. Ball quergelegt. Gar nicht schlecht gemacht. Knapp da die Kugel. Weiter Ball. Er war fast dran. Paul Nebel. Mal kriegt ja noch gut durch. Ballbesitz. Führer der BC Berlin. Es ist super schwer gegen diese Mainzer, sich hier seit heute Morgen Chancen zu erarbeiten. Chancen zu kreieren. Das war die große Stärke der Berliner bisher im Turnierverlauf. Mainzer macht es jetzt aber extrem gut. Sind extrem Handlung schnell. Extrem aggressiv. Immer wieder gegen den Ball da. Die Mainzer-Philosophie auch hier in der Halle komplett erkennbar. Versuch hier wieder. Tick hin hat jetzt den Ball. Tick hin. Geblockt. Es wäre schon eine dicke Überraschung, wenn die Berliner hier so früh ausscheiden würden. Aber sie sind heute bisher auch nicht so richtig ins Rollen gekommen. Das ist kein Vergleich zu gestern. So, das war jetzt mal gut rüber gespielt und dann zu überhastet. Der Abschluss. Joe Williams. Gestern auch. Unglaublich torgefährlich. So, jetzt mal. Ballgewinn. Vom Nationalspieler. Und der Treffer. Da ist er noch. Lazav Samacic. Super durchgesetzt. Da ist er. Und jetzt schon wieder am Defensiv-Tor. 1 zu 1. Ja. Bartosz Gaul. Jürich. Der Mainzer-Fünf trifft. Und da will er was hören. Klasse Tor am Spitzenwinkel. Durch. Pferde aus Garfouri. Da ist er doch. Mehrmals probiert hat er das heute. Die direkte Antwort. Da hatte Berlin gerade die Uhr wieder auf Null gestellt. Da stellt Mainz hin. So, Garfouri bekommt die nächste Ermahnung. Alles in Ordnung. Wir spielen weiter. Knappe drei Minuten sind zu gehen. Wieder die Eintore-Führung für Mainz 05. Also nach dem 0-0 in der Vorrunde jetzt schon drei Tore. Das ist sehr, sehr nett von allen Beteiligten hier. Klasse Abschluss. Abbraller bei Williams. Der Nett. 2-2. Wir kriegen langsam ein Fußballspiel. Jetzt geht es hin und her. Bartosz Gaul, der kann sich fassen. Stinksauer dreht er sich da gerade weg. Stug die Hände vor das Gesicht. Also es rollt doch langsam an. Frühstück ist langsam verdaut hier vom Hotelbuffet. Es kann losgehen. Zwei Minuten noch. 2-2. Gibt es das erste Neummeterschießen in der 2018er-Ausgabe? Wer hat noch Körner? Ballbesitz Berlin. So ist nachdem der Ball an der Hallendecke war. Gutes Schuss findet er da durchgesetzt. Ball wieder am Aus. Weil Samadzic auffällt, wenn man ihn ein bisschen beobachtet. Will jeden Ball haben. Zeigt immer an. Macht sich immer anspielbar. Ist enorm präsent. Zeigt sich immer wieder. Er taucht jetzt gerade unten rechts im Bild auf. Will jede Kugel haben. Extrem präsent. Extrem auffällig. Fast den Ball vergessen von Ameti. Da haben wir Williams. Berlins Nummer 10. Samadzic. Zum Keeper wieder Samadzic. Die Ball jetzt gut raus. Ballverluste können jetzt wehtun. Der lange Ball war wichtig. Gut verlängert. Kommt er da ran. Da kommt er ran. Tor ist frei. Das ist das Tor für Berlin. Durch Emi-Chan Tekin. Aber das Ding ist noch nicht vorbei. Tekin hat sich ein bisschen weh getan. Kein Foulspiel. Alles korrekt. Na, das sah Henrik Weiper nicht so gut aus. So, bei Mainz macht sich jetzt der fünfte Feldspieler parat. Zieht sich gerade das Leibchen an. Werden den Torwart rausnehmen und werden das Risiko erhöhen. Jetzt ist das passiert. Mainz jetzt. Da haben wir den Torwart außerhalb des Fels. An der Mittellinie steht jetzt der fünfte Feldspieler mit Leibchen. So, Elas regelt noch mal den Verkehr. So, da haben wir. Mark Fichtner ist das. Tor ist leer. Ball ist drin. Die Entscheidung. Hertha BSC Berlin steht im Viertelfinale. Torschütze war Blazar Samacic. Wer sonst möchte man sagen. Hier nochmal der Ball gewinnen. Das ist Tekin. Tor ist wieder leer, aber da ist Mark Fichtner da mit seiner Parade. Wir haben noch sechs Sekunden auf der Uhr. Mainz 05 hat sich hier top verkauft. Das muss man sagen. Gegen Wolfsburg das 3-3. Gegen Leipzig mit 1-2 knapp dabei gewesen. Sie waren wirklich gut unterwegs. Heute Morgen auch ein tolles Spiel beim 0-0 gezeigt. Aber die Hertha war letztendlich dann doch etwas stärker. Mainz hätte bessere Ergebnisse in der Vorrunde gebraucht, um auf einen vielleicht nicht ganz so starken Gegner zu treffen. Herzlichen Glückwunsch an die Hauptstädter. Vielen Dank. Da haben wir nochmal den für mich Band of the Match. Und jetzt machen wir gleich weiter mit Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.